Gut, das verstehen Sie und erweitern. Sehen Sie Bobby Jones zu. Tja, dann wollen wir mal sehen. Mach dem Mann Platz, mach dem Platz. Hau rein, Bobby. Achten Sie auf seinen Probeschwung. Als ob er noch irgendwas sucht. Und dann findet er es. Und sieht zu, dass er sich vollkommen auf sein Feld konzentriert. Fühlen Sie dieses Feld? Er muss sich für einen Schlag entscheiden und die Auswahl ist groß. Tops und Slices und Hooks. Es gibt nur einen Schlag, der mit dem Feld perfekt harmoniert. Der Schlag, der seiner ist. Der authentische Schlag. Und dieser Schlag entscheidet sich für ihn. Es gibt für jeden einen Schlag da draußen, der sich den Weg zu uns sucht. Wir müssen nur zulassen, dass uns dieser Schlag auch findet. Wir dürfen uns ihm nicht in den Weg stellen. Sehen Sie ihn an. Er hat sein Feld gefunden. Sehen Sie die Fahne. Sie ist kein Drache, den es zu erlegen gilt. Denn nur wer mit mildem Auge sieht, erkennt die Welt, in der der Mond, die Jahreszeiten und der Kreis, den die Erde beschreibt, zusammenfließen. Und alles, was ist, wird eins. Diese Welt, die müssen Sie mit Ihrer Seele suchen, Juno. Suchen Sie mit Ihren Händen, denken Sie nicht darüber nach. Fühlen Sie es. Ihre Hände sind weiser, als es Ihr Kopf je sein wird. Ich kann Sie nicht dorthin führen. Ich kann nur hoffen, Sie auf den rechten Weg zu bringen. Es gibt nur Sie, den Ball, die Fahne und das, was Sie sind. Suchen Sie mit Ihren Händen. Denken Sie nicht darüber, Sie sehen es, Juno. Sie müssen es fühlen. Es gibt nur Sie, es gibt nur einen Schlager, der mit dem Feld perfekt harmoniert. Dort finden Sie Ihren authentischen Schwung und das, was Sie sind. Sie müssen Sie mit Ihren Händen. Sie müssen Sie mit Ihren Händen. Sie müssen Sie mit Ihren Händen.